Hallo Herr Koppelt, Benni Semmler hier, Blocktriffball. Servus. Ja, ja, ja. Benni Semmler, genau. Mit weitem Abstand. 100, also über 100 Stimmen haben Sie geholt. Gott sei Dank. Achso. Ja, nee, es war doch deutlich. Es war sehr, sehr deutlich sogar. Und deswegen rufe ich auch heute nochmal an, Herr Koppelt. Wie schaut's denn aus die Woche bei Ihnen? Nach Pfingsten. Das... Ja. Alles klar. Also eher nächste Woche. Ja. Ja. Das ist gut. Ja. Gibt's ne Tendenz, so Zweckstag? Irgendwie nächste Woche, Dienstag, Mittwoch? 30 Euro. Das ist doch mal ein Wort. Ja. Okay. Soll ich mich dann nächste Woche nochmal melden? Ja. Ja, wir hätten Sie natürlich schon ganz gerne bei uns im Büro hier, weil wir hätten... hier dann auch noch einen integrierten Friseursalon für Männer, die auf guten Style stehen. Und als bekennender Porsche-Fahrer und Sylt-Fan sind Sie dann sicherlich auch hier genau richtig. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So was haben wir auch. Ja, Haare können Sie auch gleich schneiden. Ja, dann passt das doch. Also, wir schreiben nochmal ein. Nächste Woche 30. 31. Volker Koppelt in Hamburg. So. Alles klar. Herr Koppelt. Bis dann. Tschüss. Volker Koppelt. Kommt.